Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Weltwoche-Leserinnen und Weltwoche-Leser, ganz herzlich willkommen zu Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 14. September 2020. Der Blick berichtet reisserisch von einem Naturheilmittel, in Anführungszeichen, Echinaphors aus Rockwil, Kanton, Durgau. Eine Wunderwaffe gegen Covid-19, das zumindest behauptet eine Studie des Militärlabors Spiez. Es soll sich um eine Sensationsstudie handeln, die Roche, Novartis usw. austrippelt. Wirkstoff des roten Sonnenhuts im Mittel Echinaphors ist drin, erst in künstlichem Gewebe in der Petrischale entwickelt. Genaue Wirkung bleibe ein Geheimnis. Auch die Dosierung ist unklar. Die Firma darf noch nichts bewerben. Trotzdem macht der Blick hier laut Reklame. Wie man hört, sind die Bestände von Echinaphors in den Apotheken schon ziemlich im Erschöpfungszustand. Und das ist einfach lustig, weil der Blick ja sonst gegen alles, was sich irgendwo spekulativ zu Corona und Covid-19 äussert, mit dem Flammenschwert des Moralismus zu fehlte zieht. Hier jetzt also der Blick als Lautsprecherorgan eines doch noch sehr wackelig begründeten Wunderheilmittels gegen Covid-19. Auch interessant, wie hier die Massstäbe sich verschieben. Dann weitere spezielle Nachrichten in unserem Boulevardblatt. Und zwar die Evangelische Kirche Schweiz, EKS, will eine Meldestelle für Locheropfer einrichten. Wer angeblich vom früheren obersten Reformierten als Frau belästigt worden sei oder mehr wisse, soll sich dort melden. Für die Untersuchung sind sage und schreibe 170'000 Franken an Steuergeldern vorgesehen. Das ist etwa die gleiche Summe, die die Gegner des früheren Kirchenratspräsidenten Gottfried Locher bereits aufgewendet haben an Rechtsgutachten. Also fast schon eine halbe Million wird da in dem Kreuzzug, in dem Inquisitionskreuzzug gegen den früheren Präsidenten der Reformierten da verpulvert, um ihn nun ohne Rechtsgrundlage auch noch endgültig Zufall zu bringen. Die Weltwoche hat ja hier eine etwas, sage ich mal, massvollere Position eingenommen. Wir haben auch Locher zum Teil kritisiert, aber vor allem theologisch und nicht aufgrund von diesen jetzt sehr konstruiert wirkenden Vorwürfen, mit denen man ihn da aus dem Amt gehebelt hat. Ein Triumph für seine langjährigen, auch theologischen Gegner. Dann Jubelhymnen in den Zeitungen über Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Sie paktiert jetzt mit den Gewerkschaften gegen die Begrenzungsinitiativen. Darüber berichtet der Tagesanzeiger. Sie harmonierte nicht nur bestens mit dem früheren Gewerkschaftspräsidenten Paul Rechsteiner, auch mit Nachfolger Yves Maillard geigt es hervorragend unter Johann Schneider-Amann, dem Vorgänger von Karin Keller-Sutter, habe noch Eiszeitstimmung geherrscht. Man sei sich nun schon aber bei früheren Treffen einig gewesen, dass es grosse Probleme im Arbeitsmarkt der über 50-Jährigen gebe. Das ist ja die grosse kognitive Dissonanz, um das Wort Lüge zu vermeiden. Der Bundesrat behauptet ja laufend, die Zuwanderung in die Schweiz, die massive Zuwanderung, eine Million Menschen plus innerhalb von 13 Jahren, also Netto-Bevölkerungswachstum, habe überhaupt keine negativen Auswirkungen auf die Schweiz gehabt. Und schon gar nicht auf dem Arbeitsmarkt. Wie kann einer auch nur auf die verrückte Idee kommen, dass billige europäische Arbeitskräfte teure, ältere, schweizerische Arbeitskräfte verdrängen können? Das ist ein völliger Witz, diese Behauptung, so zumindest der Bundesrat, Frau Karin Keller-Sutter. Trotzdem hat man mit den Gewerkschaften nun eine Überbrückungsrente im Hauruck-Verfahren installiert. Über 60-Jährige Ausgesteuerte sollen ein neues Sozialwert bekommen. Also das Problem, das es angeblich gar nicht geben soll, muss doch gelöst werden mit einer Überbrückungsrente, die eine Viertelmilliarde Schweizer Franken kostet, während alle anderen Sozialwerke gar nicht aus dem finanziellen Schneider sind. Also hier scherbelt und hapert es gewaltig. Überallem es thront und poliert Karin Keller-Sutter, die freisinnige Bundesrätin, die hier ganz brillant mit den Gewerkschaften zusammenarbeitet. Das Ganze wird im Tagesanzeiger schon im Jubelton vorweggenommen als mögliche Kampfkoalition gegen dieses institutionelle Rahmenabkommen, das natürlich die Redaktion des Tagesanzeigers als der Weisheit höchster Schluss für die Beziehung in Schweiz-EU sieht. Beziehungen, die mit diesem Rahmenabkommen in ihr Gegenteil verkehrt würden, denn dann würde, wie wir hier schon erschöpfend dargelegt haben, die EU zum Chef und die Schweiz zum Knecht. Die EU könnte dann die Gesetze erlassen, wir müssen sie nachvollziehen unter europäischen Richtern. Aber gemäss Dagi ist es also der wendigen, anpassungsfähigen Bundesrätin des Freisinns Karin Keller-Sutter zuzutrauen, dass sie zusammen im grossen Schulterschluss mit den Gewerkschaften auch diesen Unsinn noch durchdrücken kann. Unsinn ist natürlich eine wertende Wortwahl aus meiner Sicht. Dann, Gegner des Jagdgesetzes, darüber stimmen wir ja auch ab an diesem Supersonntag am 27. September. Die Gegner des Jagdgesetzes nutzen unehrlicherweise Feldhasen als Abstimmungssüge, weil die Wölfe eben keine Sympathieträger für die Menschen sind. Wir haben ja in der Weltwoche herausgefunden, dass Menschen und Wölfe sehr, sehr ähnlich sind, auch vom Sozialverhalten her, näher eigentlich als Menschen und Affen. Das ist ein hochinteressantes Thema, ein Befund von einem sehr renommierten Verhaltensforscher. Aber eben die Wölfe, mit denen kann man vielleicht nicht unbedingt eine Abstimmung gewinnen. Deshalb nehmen die Gegner des Jagdgesetzes jetzt den Feldhasen als Maskottchen. Das ist natürlich unredlich, denn es ändert sich für den Feldhasen durch das Jagdgesetz überhaupt nichts. Also das ist wirklich das falsche Tier, das Symboltier, das hier ausgewählt wurde. Es ist ein Missbrauch der Umweltverbände, wenn man so will. Denn Feldhasen sind und bleiben jagdbar, ungeachtet des alten oder neuen Jagdgesetzes. Aber die Feldhasen, die sind einfach herziger, die sind kuscheliger als die Wölfe. Ich wechsle ins Ausland. Die arabische Front gegen Israel bröckelt. Tauwetter begann 1977 zwischen Sadat, Ägypten und Begin, Israel. 1994 kam Jordanien dazu. Jetzt die Vereinigten Arabischen Emirate unter Führung der Trump-Administration. Ein Weckruf für die Palästinenser. Jetzt also neue Erweiterung, auch Bahrain in dieser Verständigungskoalition mit Israel. Vielen arabischen Staaten dämmert es langsam, dass eben der Iran der Hauptfeind ist. Und sie ärgern sich über die Unzuverlässigkeit, über die Palästinenser, die in unseren Medien halt eine sehr starke Lobby haben. Natürlich haben die Palästinenser auch ein fürchterliches Schicksal, wenn man so will, erdulden müssen. Das stimmt, aber sie sind auch insoweit selber schuld, als sie sich in verschiedenen günstigen Konstellationen eben nicht für die Verhandlungsrealität eingesetzt haben, sondern an utopischen Vorstellungen festhielten, die sich einfach nicht realisieren lassen. Und diese utopische Haltung geht nun anscheinend immer mehr, immer mehr arabischen Staaten auf die Nerven. Fast schon langweilig, aber trotzdem zu vermelden. Die Wochenendproteste in Minsk reissen nicht ab, trotz den Schlägerbanden von Lukaschenko. Das Volk ist hier gewillt, dieses Regime loszuwerden. Lukaschenko jetzt bei Putin, um sich dort Verstärkung zu holen. Putin übrigens, der frühere Geheimdienstmann durchschaut von Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel, die ja immer wieder sich rechtfertigen muss bzw. der vorgeworfen wird, ihre Vergangenheit in der DDR. Aber einen Vorteil hat diese DDR-Vergangenheit. Sie weiss, wenn sie einen KGB-Mann vor sich hat, was man diesen KGB-Leuten alles zutrauen kann. Und Frau Merkel ist ja dezidiert der Auffassung, dass der Kreml hinter dieser Vergiftung von Nawalny, dem Oppositionsführer, steckt. Die alten oder älter werdenden Oligarchen und Patriarchen versuchen jetzt noch einmal, sich da zusammen zu stützen. Lukaschenko, seine Zeit ist vorbei. Putin, das ist ein anderes Kaliber. Da sind dann noch ganz andere geostrategische Geschichten sozusagen im Paket drin, wenn man sich dieser Frage etwas näher äussert. Darauf möchte ich hier nicht eingehen. Das haben wir schon anderweitig thematisiert. Aber hier, Sie sehen das, Verzweiflungsaktionen auch des weissrussischen Diktators mit Pilgerreisen nach Moskau. Lichtblick des Tages. Ich möchte Sie nicht ohne Positivum in den Tag ziehen lassen. Mein persönlicher Lichtblick. Jürgen Kaubis, grossartige Hegel-Biografie. Ich bin immer noch dran. Lese Sie Hegel, dieser Überphilosoph, der etwas kompliziert geschrieben hat, aber sehr tiefe Einsichten über den Mensch und die Entwicklung seines Bewusstseins, seines Verstandes, seiner Vernunft. Eine erstaunlich optimistische Geschichte der Menschheit. Und Hegel, der ja in vielem als diskreditiert gilt, ist eben vielleicht doch besser als sein Ruf. Das Buch von Jürgen Kaube allen zu empfehlen, die ein philosophisches Interesse haben, Hegels Welt, und die sich auch durch manchmal etwas schwieriger, lesbare Passagen durchbeissen wollen. Unsere Philosophielehr Hermann Lübe pflegte in diesem Zusammenhang jeweils zu sagen, Hegel lesen, Heidegger lesen. Das ist wie Fliegen, wenn man es zu langsam macht, dann stürzt man ab. Also lesen Sie schnell und bleiben Sie oben. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis morgen, alles Gute und einen schönen Tag.